im start unterwegs ist oder wann sie das letzte mal im start unterwegs gewesen jetzt im spiel ja jetzt im start ach so ok steht bei mir spiel jetzt bei mir bei online status ach so ach so machen wir das ok so machen wir das also jetzt im start anführungszeichen ok soweit verstanden